Meine Sportfreunde, und nun zur Entspannung im Bereich der Warnungsmüller-Tour. Also auch gerade bei Leuten, die auf Vorfuß umstellen, Vorfuß laut Umstellen verspannt ist, ist der Tibialis, der vordere Schienbein. Das ist gerade hier ein Bereich, wo am deutlichsten erhöht wird. Dazu nennt ihr auch Westball und sucht euch die Stelle, wo es am schlimmsten ist. Lebt hier eure Hände drauf, drückt mit der anderen Hand dagegen und zieht das richtig schön ran, dass ihr intensiv den Punkt spürt. Und jetzt könnt ihr einfach die Beine, also den Fuß unten kreisen lassen, nach links und rechts, immer so drei, vier Kreisbewegungen, eher die Richtung unter. Wer das intensivieren möchte, der zieht die Zehen richtig an und lässt sie dann fallen. Ich nutze es auch gerne, setze den Fuß aus und fordern manchmal langsam mit der Kugel so den schlimmsten Bereich ab, um den aufzulockern, die Faszie zu entspannen in diesem Bereich. Wenn der locker ist, dann ändern sich natürlich auch die Zugkräfte. Und der Fuß, die Wadenmuskulatur kann hier besser arbeiten. Das Ganze wie immer zweimal durchführen, am besten täglich auf der Urseite. Sportfrei, die wir spatter sind.